Hier ist extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Hallo und herzlich willkommen zu extra 3. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Danke schön. Und ich muss sagen, das ist ja mal ein Streik, der könnte richtig wehtun. Also wenn der Zug nicht fährt, kann man das Auto nehmen. Wenn die Kita streikt, kann die Oma einspringen. Aber was machen wir ohne die Post- und Paketboten? Wer schleppt uns dann die Bücher, die Kleidung, das Katzenstreu und die Schlafcouch hoch in den 4. Stock? Ich weiß es auch nicht. Die Post soll ja angeblich einigen Mitarbeitern subtil gedroht haben, damit sie sich das mit dem Streik nochmal überlegen. Wie sieht das aus, wenn die Post droht? Ungefähr so wahrscheinlich. Leider haben wir sie nicht angetroffen, wir haben stattdessen ihre Nachbarn bedroht. Wie stehen die Deutschen eigentlich zum Streik bei der Post? Was sagen die Mitarbeiter, was sagt der Vorstand? Unser Statistikexperte Klaas Butenschön hat die ganz neuen Zahlen. Danke, Christian. Wir haben zunächst speziell die Postangestellten befragt. Wir wollten wissen, warum streiken Sie eigentlich? Darauf sagten 19 Prozent, ich kann gerade nicht, ich parke in 2. Reihe, hab 48 Amazon-Pakete auf dem Arm und versuche den Pitbull vom Nachbarn abzuschütteln. 33 Prozent meinten, wofür wir streiken? Wir wollen mindestens so gute Arbeitsbedingungen wie die Stadionbauer in Katar. Und 48 Prozent sagten, sorry, hab's eilig, wissen Sie, ob hier im fünften Stock ein Herr Obelix wohnt? Ich hab einen Hinkelstein für den. Tja, danach haben wir die Bürgerinnen und Bürger befragt. Angesichts der Arbeitsbedingungen und der schlechten Bezahlung der Postangestellten, haben Sie Verständnis für den Streik? Darauf sagten 22 Prozent, nein, wenn denen das Briefe austragen zu anstrengend ist, sollen sie einfach eine E-Mail vorbeibringen. 27 Prozent meinten, nein, ich bin Leuchtturmwärter und immer wenn die meine Post beim Nachbarn abgeben, muss ich bis nach England rudern. Und 51 Prozent sagten, die sollen sich mal nicht so anstellen, Waschmaschinen sind heute doch viel leichter als früher. Tja. So ist es. Zum Schluss. Zum Schluss haben wir dann die Manager bei der Deutschen Post gefragt, ob sie nicht langsam mal die Arbeitsbedingungen verbessern wollen. Darauf sagten 100 Prozent der Postmanager, danke für Ihre Frage, bitte holen Sie die Antwort unter Vorlage eines gültigen Personalausweises in Ihren nächstgelegenen Postfiliale ab, jedoch nicht heute. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Lars Butenschön. Die Post streift und das ist hart. Ich glaube, noch empfindlicher würde uns wahrscheinlich nur treffen, wenn wir nicht mehr Auto fahren könnten. Das wäre der Super-GAU, oder? Stellen Sie sich das mal vor, die Ampeln wären auch bei Ver.di organisiert und würden einfach alle nur noch Rot anzeigen. Und wir sind Deutsche, das heißt, wir müssten dann da stehen bleiben. Klar, wir würden da drei Wochen stehen und den Motor laufen lassen. Streikende Ampeln gibt es tatsächlich und Daniel Sprenger weiß wo. Der Günzplatz in der Dresdner Innenstadt. Die Ziegelstraße mündet hier in eine Kreuzung, aber nicht irgendeine Kreuzung. Das ist ein Kreuzungspunkt, der signaltechnisch geregelt wird, das heißt also eine sogenannte Ampel steht dort. Und diese sogenannte Ampel ist anders als andere sogenannte Ampeln. Wird die mal grün? Hm, tja. Ich habe die noch nie grün gesehen. Aber auch noch nie drauf gewartet, dass sie grün wird. Da könnte er auch lange warten, denn die Ampel ist schon etwas länger rot. Nicht erst seit zwei Minuten, nicht erst seit zwei Monaten, nein, auch nicht erst seit zwei Jahren. Also 25 Jahre steht das jetzt. 25 Jahre ganz ohne Gelb und Grün. Es zeigt immer konstant Rot, weil wir ja die Grünfeilregelung dort haben. Das heißt, man darf auch bei Rot rechts abbiegen, dank des grünen Pfeils. Und übrigens, man kann auch nur rechts abbiegen. Stromverschwendung. Ja, eigentlich ist er an der Stelle sehnlos, könnte man vermuten. Aber es wird sich ja sicherlich irgendjemand was dabei gedacht. Natürlich hat sich jemand was dabei gedacht. Der hier. Weil eine unmittelbar anbindende Straße an einen Ampel geregelten Punkt auch mit einer Ampel geregelt werden muss. Das heißt, alleine das Stoppsignal würde dort nicht zulässig sein. Nee, ein billiges, stromsparendes Stoppschild anstelle einer Ampel, die seit 25 Jahren auf Rot steht. Nur weil das den gleichen Effekt hätte. Das mag ich jetzt nicht bestreiten, dass der Effekt der gleiche wäre. Aber es ist eben letztlich aus der Regelung der Straßenverkehrsordnung und den folgenden Vorschriften nicht zulässig. In die Ampel sind auch gelbe und grüne Lampen eingebaut, die nie leuchten. Bei Wartungsarbeiten werden die natürlich regelmäßig mit ausgetauscht. Dem Dienstleister dazu erklären, dass er die nur ausgerechnet drinnen lassen soll, das werden wir nicht tun. Das ist kostenmäßig auch keine Größenordnung. So oft kommt das ja auch nicht vor. Es gibt in Dresden ja nur noch zwei weitere Dauerrot-Ampeln. Zum Beispiel hier am Vasaplatz. Immer rot. Seit Jahren schon. Ich will mal sagen, man hat sich dran gewöhnt, dass man in Dresden auch immer mal was Besonderes hat. Genau. Auf was wartest du also? Roter wird's nicht. Toll. Dresden. Vielleicht auch mal ein Ausdagensort für den G7-Gipfel. Es war ja so schön. Fanden Sie es auch so schön? Es war so schön, dieser G7-Gipfel. Die Reichen und Mächtigen einfach mal unter sich. Vor dieser wunderschönen Bergkulisse. Diese Wiesen, die Kühe, die Alphörner. Ich hab nur drauf gewartet, dass die Wiesenkräuter noch einen Kanon anstimmen. Es war so idyllisch. Und ich verstehe wirklich jeden Kommentator, der da ins Schwärmen gerät. Das ist ja nun wirklich eine spezielle Atmosphäre, die da geschaffen wird. Die sind da in der Natur, die sind umringt von Bergen, die sind in einem tollen Hotel. Da geht einem das Herz auf. Da geht einem sowas von das Herz auf. Ich hab auch gedacht, da mach ich auch mal Urlaub in Schloss Elmau, wenn ich mal 360 Millionen Euro übrig hab. Und dann hat er noch punktgenau das Wetter mitgespielt. Das hat er zuvor aus Kübeln geschüttet und dann wirklich wie auf Bestellung garen die Sonne raus. Alexander Dobrindt hat es ja sehr schön ausgedrückt. Das muss man erst hinkriegen. Gestern die Demonstranten wegschwemmen und heute so einhören. Das ist Dobrindt, das intellektuelle Tiefdruckgebiet der CSU. Dobrindt durfte übrigens tatsächlich Obama die Hand schütteln. Als einziger Minister. Und wissen Sie warum? Weil er Geburtstag hatte. Ganz genau. Alexander hatte Geburtstag, ist 45 geworden. Und Mutti hat ihm das geschenkt. Und Dobrindt freut sich. Guck mal, wie er gelacht hat, wie ein Honigkuchenpferd. Und die ganze Spionage-Affäre war vergessen. Er war so selig. Hinterher gab es eine Durchsage, der kleine Alexander ist mit dem Schleim fertig und kann am Weißwurststand abgeholt werden. Ich frage mich jetzt aber nur ein bisschen nach diesem Gipfel. Mit was für einem Bild fahren die Staats- und Regierungschefs eigentlich wieder zurück? Was haben die jetzt für ein Bild von Deutschland? Die denken doch wahrscheinlich, unser Leben besteht aus Jodeln und Zuzeln. So klang zumindest die Rede von Barack Obama. Hier nochmal die Highlights. Grüß Gott. Lederhosen. Beer. Weißwurst. Vielen Dank. Vielen Dank. Grüß Gott. Weißwurst. Kein Wunder bei dem Programm. Schon das Motto hieß ja, ich kann es gar nicht so aussprechen. Seehofer muss es machen. Welcome dahoam. Welcome dahoam. Ungefähr. Ich bin Preuße. Es kann keine Sau übersetzen. Dahoam. Deshalb hat man auch immer, wenn man das Motto irgendwo hingeschrieben hat, Sternchen dahin und dann klein drunter. Dahoam. Bavarian word for at home. Und so muss da alles erklärt werden in Bayern. Unter dem Frühstück, das Obama gegessen hat, stand dann klein. Weißwurst. Bavarian word for stomach pain. Oder auch bei diesem Zusammentreffen von Obama mit dem Bundesverkehrsminister trug der ein Schild. Dobrindt. Bavarian word for flitzpiepe. Obama, wirklich für Obama, es gab ja keine Gnade. Er musste natürlich Weißwurst essen in Grün. Der Bürgermeister saß die ganze Zeit neben Obama und hatte offenbar furchtbare Angst, mit ihm zu sprechen. Das hat er im Interview erzählt. Weil er nicht so gut Englisch spricht. Und da wusste der Bürgermeister gar nicht, was er da erklären sollte. Er musste natürlich auch nichts erklären. Obama weiß ja durch die NSA eh alles über uns. Ja, ich hab gehört, das Gespräch lief so. Der Bürgermeister hat nur Hello Mr. President gesagt. Da hat Obama ihn schon gefragt, ob es mit den Hämorrhoiden inzwischen besser ist. Ja, ja, ganz vertraut sofort, ganz vertraut. Und es gab natürlich auch die Fachgespräche. Die wollen wir nicht vergessen. Die gab es auch. Insgesamt wurde zehn Stunden lang geredet. Zehn Stunden und zwar über folgende Themen. Weltwirtschaft, Wachstum, Werte, Handel, Standards, Iran, Russland, Syrien, Griechenland, die EU, Ukraine, Ebola, Antibiotikaresistenzen, Meeresumweltschutz, Ressourceneffizienz, Kohlekraftwerke, Frauenrechte, Stärkung der Selbstständigkeit von Frauen und Energie. Das sind 20 Themen in zehn Stunden. Das ist pro Thema eine halbe Stunde. Bei sieben Teilnehmern. Das ergibt pro Thema und landet eine Redezeit von vier Minuten. Vier Minuten pro Thema. Und deshalb ist ab Ende auch genau das rausgekommen, was immer rauskommt. Hier das offizielle Ergebnis des Gipfels. Ja, vorne puste Blumen, hinten puste Kuchen. Das Klimaziel von nicht mehr als zwei Grad Erwärmung. Ja, natürlich. Hurra. Die hatten so gute Laune, die haben ja eben die Welt gerettet. Kommt Leute, das machen wir jetzt einfach mal. Wir steigen jetzt hier aus den fossilen Energien aus. Kostet nix. Ist doch nur eine Absichtserklärung. Ich gönne denen ja, dass sie sich so dafür feiern. Aber an guten Vorsätzen herrschte in Sachen Klimaschutz bislang kein Mangel. Absichtserklärungen gibt es überall. Die gibt es bei Aldi im Doppelpack. Absichtserklärungen. Die wahre Herausforderung bleibt der Klimagipfel in Paris Ende des Jahres. Ich finde, wer sich jetzt hinstellt und behauptet, G7 hätte geliefert, der versucht auch mit dem Gesicht eine Faust K.O. zu schlagen. Ich sage, es gibt nichts mit den schönen Klimazielen. Jedenfalls nicht, solange die Industrienationen wird alles immer nur dem Wachstum unterwerfen. Immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Als wäre das eine Religion. Christentum? Total 80er. Und tschüss. Islam? Gibt's noch nicht mal Schweinshaxe. Buddhisten? Langweilig. Der moderne Mensch, so wie die hier, hat eine andere Glaubensrichtung. Wachstum. 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 Wachstum in diesem Lande. Drei Feiertage gibt es für die Wachstumsgläubigen im Jahr. Im Januar pilgert man zum Weltwirtschaftsforum in dem Wachstumswallfahrtsort Davos. Im Juni wandert man auf den heiligen G7-Gipfel. Und nicht zu vergessen, im Herbst feiert man das Herbstgutachten. Die Wachstumsgläubigen erkennt man leicht. Sie beten dieses Bildnis an. Wichtig, das heilige Symbol muss immer nach oben zeigen. Vor allem Politiker hängen dieser Glaubensrichtung an. Angela Merkel, radikale Glaubensschwester, verkündet das Mantra der Wachstumsanhänger. Die vier Gebote. Ohne Wachstum keine Investitionen. Ohne Wachstum keine Arbeitsplätze. Ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung. Ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen. Genau, Hilfe für die Schwachen. Wie zum Beispiel für schwache Banken oder schwächelnde Unternehmen. Und da sage ich Ihnen, Frau Kanzlerin, das ist nicht christlich. Ach, christlich. Wachstum ist die neue Religion. So wahr mir Wachstum Hilfe. Ah. Ein Glaubensbekenntnis von Dominik Ziesemar. Zwei wirklich fundamentalistische Anhänger dieser Glaubensgemeinschaft haben bis gerade eben noch die Deutsche Bank geführt. Anshu, Jane und Jürgen Fitschen, jetzt haben sie das Sparschwein an den Nagel gehängt. Leider hat es ja bei Ihnen mit dem Wachstum der Bank nicht so geklappt. Bei jedem Quartalsbericht der Deutschen Bank haben sie immer mehr Gewinne weggezaubert. Jane und Fitschen, die Siegfried und Reue der Finanzwelt. Dabei sollte es mit den beiden eigentlich einen Kulturwandel geben. Das war der Plan. Die Deutsche Bank war ja tief in die Bankenkrise verwickelt. Sie hatte sich geldgierig verzockt. Es ist aber leider nicht besser geworden. Die ist immer noch die Skandalnudel unter den Banken, die Deutsche Bank. Es gab Immobilienbetrug an Kunden. Es gab Fehlberatung. Geldwäsche in Russland. Zinsmanipulationen. Es gab wieder so viel Ärger, dass die Deutsche Bank allein von 2010 bis 2014 über 14 Milliarden Euro Strafen für Vergehen und illegale Aktivitäten zahlen musste. Daher auch der Slogan. Die Deutsche Bank schummeln aus Leidenschaft. Das sind diese Skandale. Das Problem ist ja, durch solche Skandale wird das Ansehen aller Banker beschädigt. Wenn Sie heute die Leute fragen, wem vertrauen Sie noch in Ihrer Bank? Ihrem Kundenberater oder Ihrem Investmentbanker oder dem Filialleiter? Da ist die häufigste Antwort, nee, dem Junkie, der mich am EC-Automaten mit dem Messer bedroht. Aber es ist noch nicht alles verloren. Die Deutsche Bank ist noch nicht tot. Banks not dead. Banks not dead. Die alten Danachos. Die Deutsche Bank will endlich ihre Profite erhöhen, um die Aktionäre wieder zu befriedigen. Die Bank hat das Ziel ausgegeben, dass sie in Zukunft 65 Cent einsetzen will, um damit 1 Euro zu verdienen. Aus 65 Cent machen die 1 Euro. Für uns Privatkunden gilt natürlich nach wie vor, die machen aus 1 Euro 65 Cent. Zeit unserer liebsten Bank einmal Bankeschön zu sagen. Und wie ginge das besser als mit einem Song von Dennis Kaup und Jesko Friedrich. Wir steuern die Deutsche Bank in die richtige Richtung. Und wenn und aber, Schritt für Schritt. Eine Bank voller Loser, völlig krank vor lauter Gier. Dieser Bank sind wir ständig vor Gericht. Und Strafe zahlen ist nicht schön. Voll der Super-GAU für Spargel, Tarzan und Jane. Deutsche Bank, ihr seid Loser. Euer Platz ist eigentlich hier. Nadelstreifen niepen, die sich verspekulieren. Peanuts. Ihre Kunden schlecht beraten und ruinieren. So what? Und zu manchen Zinssatz heimlich manipulieren. Dafür sollte man euch eine schmieren. Auch international genießt die Deutsche Bank bei Kunden einen grossartigen Roof. Der Roof, der Roof, der Bank fließt zur Weihung. Deutsche Bank, ihr seid Loser. Deutsche Bank, voll abgeschmiert. Das Ergebnis kann ich sehen lassen. Ich dachte, ja, Finschens Fritz. Auf dieser Erfolge können wir aber sehr stolz sein. Und jetzt, meine Damen und Herren, Sie können direkt heimisch weiterlachen. Denn wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik, die Beschaffungspolitik der Bundeswehr. Oder auch Pleiten, Pech und Panzer. Umso davon der Leyen hat jetzt ein neues Raketenabwehrsystem bestellt, Miets. Heißt das System, rund 4 Milliarden Euro soll der Spaß kosten. Und das macht auch Sinn. Ich erklär Ihnen das mal. Es gibt da ein Raketenabwehrsystem, das sich viele Jahre bewährt hat, nämlich Patriot. Das neue System Miets, das möchte von den großen Militärnationen keine kaufen, weil man Zweifel an der Funktionstüchtigkeit hat. Nur Deutschland, das kräftig mit dran baut, kauft es jetzt doch. Das muss man sich ungefähr so vorstellen. Alle Kinder basteln oder backen, was Schönes für den Flohmarkt. Die Sachen von den anderen Kindern, die sind super und werden fleißig gekauft. Nur das hässliche Bild vom eigenen Kind nicht. Also kauft man ihm das Bild einfach selbst ab, damit es nicht traurig ist. Rausgeschmissenes Geld, das Bild landet im Müll, aber wenigstens heult das Kind nicht rum. Aber keine Sorge, man macht sich immer sofort Sorgen. Wenn man hört, neue Waffensysteme werden angeschafft. Uschi von der Leyen beteuert, dass man sich dieses neue System Miets viel intensiver angeschaut habe. Als bisherige Rüstungsprojekte. Und dabei haben sie wohl so viele Fehler entdeckt, da konnten sie einfach nicht Nein sagen. Dabei wird Miets nicht mal von Heckler & Koch hergestellt. Ich will ja auch schon gar nichts mehr sagen zu Heckler & Koch. Ich bin es selber leid, was wir an Gags schon alles rausgehauen haben zu diesem Sturmgewehr G36. So viele Gags, die meisten gingen daneben. Heute hat sich der Verteidigungsausschuss des Bundestages mit dem G36 beschäftigt. Gemeinsam mit von der Leyen musste auch ihr Vorgänger Thomas de Maizière antanzen und erklären, warum er das Schrottgewehr nicht schon viel früher aus dem Gefecht gezogen hat. De Maizière hatte aber eine sehr einleuchtende Erklärung. Stets ist mir bestätigt worden, dass das G36 für die auch laufenden Einsätze bei der Verwendung der geeigneten Munition ein richtiges und gutes Gewehr ist. Es ist eine Frage der Munition. Die Soldaten hätten eben keine glühenden Kohlen als Munition benutzt. Noch eine interessante Nachricht dazu. Volker Kauder hat sich vor 20 Jahren ganz persönlich stark gemacht für das G36. Und rein zufällig hat Heckler & Koch seinen Unternehmenssitz im Wahlkreis von Volker Kauder. Was da der Hintergrund sein könnte, ich habe überhaupt keine Ahnung. Kauder kann sich an nichts erinnern, aber bei Heckler & Koch überlegt man als Dank sogar eine Waffe nach ihm zu benennen. Im Gespräch ist ein sehr stumpfes Messer. Karo Corneli war für uns in Oberndorf am Neckar, der Heimat von Heckler & Koch, um den sympathischen Waffenproduzenten endlich mal gebührend zu würdigen. Vergessen Sie Gandhi, vergessen Sie die Friedensbewegung. Die wahren Vorkämpfer für den Weltfrieden, die kommen aus der schwäbischen Provinz und sie heißen Heckler & Koch. Sie galten in den Medien immer als Symbol des Bösen, weil sie Waffen herstellen und sogar in Krisenregionen exportieren. Jetzt kommt raus, Heckler & Koch-Waffen wie das G36 leisten einen wichtigen Beitrag zum Weltfrieden, denn sie treffen nicht. Hier in Oberndorf, der Heimat der Waffenschmiede, ist man deshalb auch mächtig stolz auf Heckler & Koch. Ärgern Sie sich manchmal darüber, dass Heckler & Koch so ein schlechtes Image hat? Ja, schon. Ja? Was ärgert Sie da besonders? Dass die Medien ein Schöchstreich rutschwitzen. Wie bitte? Dass die Medien ein Schöchstreich rutschwitzen. Weil das ist absolut lobenswert, was Heckler & Koch in meine Augen macht. Weil das sind keine offensiven Waffen, sondern in meine Augen definitiv. Wenn ich jetzt Friedensaktivist wäre, dann würde ich sagen, das ist ja fantastisch, das schießt immer daneben. Trotzdem ist das Motto hier, tue Gutes und rede nicht darüber. Echt bescheiden. Die Bemühungen der Friedensbewegung, Ostermärsche, Hungerstreiks, Vollbärte, all das hat nichts gebracht. Aber die ganze Bundeswehr mit Schrottgewehren auszurüsten, das ist ein Geniestreich. Das wäre auch John Lennon nach dem 10. Joint nicht eingefallen. Würde man jetzt den islamischen Staat mit diesen Waffen ausrüsten, gäbe es kein Konflikt mehr. Wie kannst du träumen? Ich träume vom Frieden. Es gehen ja Gerüchte um, dass Heckler & Koch an einem Gewehr arbeitet mit einem Knoten im Lauf. Haben Sie davon auch schon gehört? Nee, hab ich nicht. Aber gute Idee eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Ein berühmter Satz der Friedensbewegung lautet doch auch, stell dir vor, es ist Krieg und alle Soldaten haben ein Gewehr von Heckler & Koch. Ja, dann wäre Friede, Freude, Eierkuchen. Kennen Sie diesen Hit? All we are saying. Ich möchte mich jetzt schon festlegen, der nächste Friedensnobelpreis geht an Heckler & Koch. Wenn Obama einen bekommen kann und die EU, warum dann nicht auch ein Waffenhersteller aus dem Schwabenland? Das war Caro Corneli für extra 3. Danke Caro und danke auch an Jakob Leude. Jetzt ist es endlich mal wieder eine Gelegenheit für die FIFA, nach den ganzen Skandalen mit Sport zu punkten. In Kanada ist die Frauenfußball-WM in vollem Gange. Und zum Glück haben sich ja die Zeiten geändert. Es ist ja nicht mehr so wie 1970 als Wim Tölke, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, damals den Weltmeistertitel holte in der Disziplin sexistische Männersprüche zum Thema Frauenfußball. Sehr zarte Rempelei und da hat Mutter eine wunderbare Flanke nach halb links gegeben. Junge, Junge, Junge. Laufen, Erna! Ja, aber Erna ist nicht flink genug. Decken, Decken, nicht die Stecken, richtig. Manndecken, so ist recht. Junge, Junge, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, denn da müssen die Frauen zu Hause waschen. Original Wim Tölke, Sportstudio 1970. Heute ist alles ganz anders. Zum Glück, es hat sich viel geändert, es hat sich viel getan. Heute klingt der Sexismus irgendwie positiver. So wie in der Bild-Zeitung. Sexy Jubeltanz an der Eckfahne. Toll. Das sind die WM-Hingucker. Ja, ja, hallo. Ich glaube, wenn man einen Bild-Redakteur fragt, was er von Frauenfußball hält, dann sagt er, ja, ich mag beides. Gut, der Witz ist schon älter. Was sonst noch wichtig war diese Woche, Boris Rosenkranz hat sich durch die Nachrichtensendungen gesappt. Guten Dank. Meine Damen und Herren. Willkommen zu den Affen. Na, endlich. Gute Neuigkeiten aus dem Club der FIFA-Penner. Jetzt im Kino der FIFA-Film für fiese Fans. Und die Produktionskosten von nur 25 Millionen Euro fast schon wieder drin. Am ersten Wochenende in den USA spielte United Passions sagenhafte 545 Euro ein. Olé, 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 olé. Seit einem Jahr irrt er durchs EU-Parlament, jetzt auch mit RTL-Kamerateam. Und was geht so beim Ex-Minister Präsi in Brüssel? Ich gehe morgens zum Wecker, meine Brötchen, mache mir Frühstück. Leben am Limit. Auch im Büro. Natürlich kriege ich nahezu jede Woche auch Besuch. Uh, schütteln, bis der Feierabend kommt. Und anschließend edel Shopping in Davids Lieblingsboutique. Bonjour, Monsieur. Ça va? Ihr kennt er sich aus. Ihr weiß er. Ja, très ok, McSwingum. Was sonst noch was? Ach ja, Stefan Köster von der NPD Mecklenburg-Vorpommern mit einer wichtigen Mitteilung. Nach aktuellen wissenschaftlichen Forschungsergebnissen sorgt regelmäßiger Cannabiskonsum beispielsweise Füge zu, oder, ja, zu Konzentrationsschwierigkeiten. Füge? Okay. Ich weiß, es ist ja nicht das Ende der Welt. Und trotzdem muss ich einfach weinen. Da schmeißt er hin und dann auch noch in Bielefeld. Der Jürgen Klopp, der Linkspartei. Oh yeah. Jetzt geht Gregor Gysi und ohne Gysi hat die Linke Sorgen. Ich sag, dir fehlt Gysi. Gibt's für die Linkspartei kein Morgen. Er war der Mann, der gut reden konnte. Er war der Talkshow-King. Das Handeln hat ihn nie so gereizt. Ihm zuzuhören, das war Gysi listening. Ein Dietmar Watscher spricht, wie er heißt. Oh yeah. Mir fehlt jetzt schon Gysi. Ohne Gysi geht die Linke baden. Ohne Gysi geht die Linke baden. Ohne Gysi. Ohne Gysi geht die Linke baden. Ohne Gysi geht die Linke baden. Oh noo. Hallo, frisch vom Kirchentag hören wir zum Thema neue ethische Erkenntnisse, Bundespräsid Supergaub. Ich habe beim Kiffen mit einer Jugendgruppe neu nachgedacht. Seit ich euch kenne, weiß ich, dass die Menschen tatsächlich vom Affen abstammen. Was für eine Beleidigung, die armen Affen. Durch die Zusammenarbeit mit euch glaube ich jetzt sogar an den Urknall, weil ihr nämlich alle einen habt. Das heißt in wissenschaftlicher Facksprache Big Bang. Big Bang, das ist doch diese große Ruhe, alte große Ruhe in London. Kann nicht mal einer der blonden Hupe den Stecker rausziehen? Das Einige, wo die Evolutionslehre sich fatal irren tut, ist, dass ihr die Affen intellektuell abgehängt habt. Oh nein, mein reales Weltbild erleidet einen portalen Dachschaden. Realität ist sowieso nur was für Leute, die mit What's-the-Fuck-App und Facebook nicht klarkommen. Schnauze jetzt, also ich stamm schon mal nicht vom Affenabend, sondern von einer wundervoll höheren Macht. Ich bin schließlich in der Zone groß geworden. Meinen eure Impertinenz, diese affige Affinität für esoterische Affenarschigkeit jetzt etwa ernst? Natürlich, du Rosenscheißer. Oder hast du schon mal eine Affenfrau gesehen, die 40 Jahre ohne Bananen überlebt hat? Gutes Argument. Alle, die jetzt Aufhunger bekommen haben, treffen sich auf dem veganen Frosch-Schenkel in der laktosefreien Kauquartn-Frittierstube Königs Wusterhausen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.